ja willkommen zurück neuer part neues glück und ja heute probiere ich mal das ganze selber zu kommentieren weil ich beim bei der aufnahme irgendwas falsch gemacht habe der hat die komplette tonspur rausgehauen also es gibt gar keine tonspur nicht mal die spiel sounds oder was auch immer und das ist natürlich richtig ätzend auf jeden fall versuche ich jetzt das nach zu kommentieren und auch irgendwie nachzuvollziehen warum er das jetzt nicht mit übernommen hat und ja wir sammeln fleißig tränke unsere aufgabe ist es irgendwie das kloster zu finden und da den horat riemalus vom schmied zu klauen im kloster einer kaserne soll der wohl sein die quest ist von der schmiede und wir haben im letzten part gesehen ja also laufen wir fleißig durch die gegend dunkle lanzenträger gut können eigentlich nicht viel immer noch mal schlüssel mit ja gut diese bogenschützen sind echt nervige scheiß viecher ja die ziehen nämlich nicht unbedingt wenig leben ab generell ist das größte problem was wir im moment haben dass wir relativ wenig heiltränke haben hier machen wir jetzt erstmal den schamanenblatt und ja relativ wenig heiltränke das ist vor dem hintergrund ein bisschen bescheiden war so viel leben haben wir auch nicht ich bin erst vor kurzem angefangen damit die vitalität ein bisschen zu scale und die vitalität legt sich halt auf das auf die lebensmenge aus ob wir haben jetzt 127 leben oder so das ist nicht gott weiß wie viel ist aber auch nicht gott weiß wie schlecht aber ja die monster werden natürlich auch immer stärker oder unsere gegner vor allem jetzt hier im moment die bogenschützen die auf entfernung uns zu leibe rücken ist natürlich richtig ätzend weil ja wir müssen halt nah ran wir sind kein fernkämpfer im moment zumindest nicht ja und das problem an der sache ist halt die schießen schon zwei oder dreimal auf uns ehe wir sie überhaupt gefunden haben und vielleicht noch ein drittes mal bevor wir die dann platt gemetzelt haben aber gut wir sind halt ein paladin klar wir können auch bogen ausrüsten oder so aktuell haben wir halt den krumm säbel in benutzung haben wir im letzten part gesehen krumm säbel deshalb um einfach mal zu gucken ist ja vielleicht besser als unser zepter was wir haben unser zepter hat allerdings einen haufen magie auf sich drauf keine ahnung ich glaube frost schaden oder irgendwie sowas und ja aktuell haben wir da jetzt das kloster gefunden wir sind jetzt an der kloster pforte tamo hoch land sind wir jetzt wieder kloster pforte jetzt tamo land ja einmal hin und her so ein bisschen und ja jetzt wollen wir hier erst noch mal so ein bisschen auf dass wir ja ein bisschen ruhe haben bevor wir da ins kloster rein dackeln ja auf jeden fall da noch die truhe nix drin ja jetzt so langsam erstmal ein bisschen noch weiter südlich alles ein bisschen aufräumen aber dann werden wir uns dann gleich auch mal ins kloster begeben um da ein bisschen aufzuräumen und um natürlich auch da irgendwo wegpunkt zu finden ich weiß gar nicht ob es da jetzt im tamo hochland ob das da auch ein wegpunkt gibt keine ahnung was ich gerade nicht aber ich würde sagen bevor wir da hingehen machen wir erst noch mal ein paar portal auf lassen uns erst noch mal von akara gratis heilen also heilung auf jeden fall und man erfüllt so auch auf und ja holen uns noch ein paar heiltränke die sind bei uns absolute mangelware aktuell noch ja und verschärbeln erstmal ein bisschen wird an gesammelten quatsch und wir finden gleich bestimmt noch das war nur daran total was wir auf jeden fall mitnehmen wollen und ja dafür brauchen wir ein bisschen platz im inventar und identifizieren erstmal den ring also der ring den zu verkaufen ist quatsch besser vorher identifizieren meistens lohnt sich das also bei ringen auf jeden fall bei waffen manchmal überhaupt nicht mal die identifikationsrollen die bei akara kaufen kosten natürlich was und der verkaufswert von dem gegenstand ist manchmal sogar geringer als das was wir für die rolle alleine ausgegeben haben da war ich ein idiot und habe das ein bisschen falsch einsortiert da kann amnettis und ein safir gepackt also ich habe deshalb wie gesagt so ein bisschen geordnet damit ich halt einen schnellen überblick habe ok wie viele robine habe ich wie viele diamanten habe ich und ja jedenfalls geht es jetzt erstmal zu ihr noch mal um unsere begleitung wieder zu holen da wollen wir doch mal schauen was die gute denn so im inventar hat die ist relativ gut ausgerüstet aber wir drücken gleich mal einen anderen bogen in der hand und war der ein bisschen mehr schaden fabriziert der ist zwar ganz schön hat er vier magie krams drauf und aber der langen bogen macht ein bisschen mehr schaden und ja laden wir noch mal zur akara und verticken den bogen direkt dem wir gerade geklaut haben aber jetzt geht es dann auch wieder zurück durch portal richtung kloster und ja auf geht ins kloster wollen wir da doch mal ein bisschen aufräumen und die monster bevölkerung ein wenig dezimieren erst mal eine truhe gucken wo nichts drin ist und ja nächste tür mal öffnen reingehen und direkt auf monster da ist wieder so ein toller schamane direkt erst mal umwämsen die lassen zwar alle irgendeinen scheiß fallen aber ganz ehrlich dafür platz im inventar verschwenden nehmen muss auch nicht sagen erstmal wegpunkt jetzt freischalten aktivieren nochmal zurück ins lager schon mal zu ihr wieder zurück nochmal reparieren lassen insbesondere dann jetzt auch unser zepter nur 43 von 50 haltbarkeit jetzt muss es leider ausgerüstet werden und ist relativ teuer zum reparieren dann lassen wir jetzt auch mal ausgerüstet und ja dann würde ich sagen weiter geht die party ab zum äußeren kloster zurück um da mal wieder ein bisschen zu gucken ja so ziemlich jedes zweite fass explodiert bei mir gefühlt jedenfalls wir nehmen die handschuhe mit und behalten sie erst mal obwohl das eigentlich totaler quatsch ist äh ja typisches fail gameplay von mir keine frage und ja erstmal geht es da jetzt ein bisschen weiter das kloster aufräumen guck mal da doch mal rein was es da noch feines gibt wie wir sehen die Niäte gibt es wirklich zweimal sofort ja und ja aber sonst ist hier eigentlich relativ wenig los paar Fässer und ja das war es mir auch schon viel mehr ist hier nicht zu sehen ja ihr seht 120 von 127 maximal möglichen Leben die wir haben relativ schwach eigentlich aber dafür haben wir da wieder so ein paar äh klingenden Rücken richtig ätzende Scheißviecher die beschießen einen und ja das war es auch eigentlich schon mehr können die gar nicht immer toll mit ihren Pfeilen in Anführungsstrichen rumballern und das war es erst nochmal heilen bevor es durch die Tür geht ein paar Haltränke wieder ausrüsten ja und dann auf gehts weiter und da wieder ein Schamanen ja teuflischer Schamane äh ja die werden auf jeden Fall alles schon ein bisschen stärker lassen dafür aber auch mehr Zeug fallen ist nicht schlecht ist aber auch manchmal relativ nervig und ätzend aber gut äh ja jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in der Kaserne in der Kaserne irgendwo soll ja auch der Schmied rumlungern und ja würde ich sagen wir suchen dann erstmal den Schmied und dazu müssen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen ja da war es mit dem Aufräumen hier nochmal ein bisschen rum gucken ob hier noch irgendwo was tolles ist ja eben die beiden Truhen mal losreißen dann gucken was da noch so schönes drin ist aber dann würde ich auch sagen weiter geht die wilde Fahrt im nächsten Teil und ja Knochenbogen Schütze da sieht man jetzt ganz gut dass die doch schon ziemlich reinhauen die Viecher ähm ja was soll man sagen äh ja ist noch ein besonderer aber auch kein Problem eigentlich aber man sieht trotzdem schon die hauen ganz ordentlich rein mittlerweile ich hoffe wir gucken nochmal unten ob wir da noch was haben jetzt schmeißen wir unsere Handschuhe und irgendwo habe ich ein Gürtel aufgesammelt keine Ahnung wo wir füllen unsere Heiltränke nochmal auf äh gucken wir eine Truhe holen uns hier nochmal frisches Mana und sammeln eigentlich nur das ganze Gold jetzt ein nachdem wir da wieder einen Schamanen gefunden haben den wir ein bisschen umgeklatschen können und ja Entschuldigung da bin ich gegen das Mikrofon gestoßen ähm ja schwarze Jägeren ein Haufen von denen äh ja die machen eigentlich nicht so viel Schaden aber sind halt nervig weil die immer weil die A total schnell sind und B äh nie alleine kommen sondern immer Minimum 2 äh meistens noch mehr ja ja Unterarmklänge nur für Assassinen geeignet also müssen wir sie liegen lassen gut das einzige was wir machen könnten ist sie mitnehmen um sie zu verhökern aber nein jedenfalls äh ja 45 Gold mittlerweile von den ollen Typis ist nicht wenig ist nicht Gott weiß wie viel aber ihr seht schon langsam äh läuft das mit dem Gold bei uns ja Entschuldigung ähm ja die Kammer ist auf jeden Fall leer also gucken wir mal auf die Karte und sehen alles klar da vorne ist noch eine zweite weitere Kammer also durchsuchen wir die auch mal ob wir da noch ob wir da vielleicht endlich den Schmied drin finden ob der sich da versteckt hat ähm ja auf jeden Fall aufräumen können wir trotzdem ja gut da sind jetzt zwei Champions vom Todesclan äh die hauen natürlich richtig rein äh lassen wir auch schön was fallen aber unser Leben ist natürlich derbe down also müssen wir jetzt erstmal zu sehen dass wir ein bisschen Leben auffüllen hauen uns zwei Heiltränke rein und ja jetzt gucken wir nochmal nach dem Dolchmesser was das denn wohl so kann das wir haben noch eine Identifikation übrig 4 bis 13 ist nicht schlecht ist wirklich gar nicht schlecht äh und deshalb tauschen wir es einfach mal durch hat auch ein bisschen Magiekrams drauf ähm wir probieren es einfach mal aus mit unserem neuen Dolch und ja wir gehen dann einfach mal weiter da war der Schmied auch nicht da sind ein Haufen Schamanskis und teuflische teuflische wieder aber die klatschen wir auch mal eben auf die Schnelle eben um hier geht es um die Ecke wir sind wieder schwarze Jägerinnen diesmal gut äh andere Name gleicher Typ im Prinzip ähm ja guter Dreizack sammeln wir mal auf den Heiltrank natürlich 100 Gold gucken wir uns den Dreizack mal an hat theoretisch ein bisschen mehr Schaden als unser Speer oder Spieß oder was auch immer wie die das dann nennen auf jeden Fall ja probieren wir es mal aus mit dem Dreizack ist natürlich deutlich langsamer macht aber auch mehr Schaden äh dafür geht aber auch die Verteidigung vom Schild äh flöten und ja wir probieren es einfach mal jetzt wieder mit dem Dolch ja Schamane belebt gerade fleißig wieder auf jeden Fall ja was soll man sagen wir werden trotzdem weiter mit der Einhandwaffe kämpfen da ist die Angriffsrate einfach höher unser Mana Verbrauch äh beruht darauf ähm dass wir eine Fähigkeit Eifer heißt sie äh im Moment aktiviert haben und äh das bewegt im Prinzip eine Verdopplung äh der Schlagzahl sag ich mal also eine deutlich gesteigerte Angriffsgeschwindigkeit ja zum Gefängnis Level 1 haben wir da den äh Abgang gefunden wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin der Schmied soll ja irgendwo hier oben in der Kaserne hocken ähm ja wieder Schamanen klatschen und diese kleinen Biester da die da sonst was rumrennt aber ist kein Thema geht ja schnell und da kommt der Schmied ins Bild wenn ich das richtig sehe ja und der hält natürlich ein bisschen mehr aus ne und wir holzen da jetzt einfach fleißig rein mit unserem Dolch wir sammeln ein bisschen was auf und ja hätten fast den neuen Hammer vergessen und ja ich wundere mich gerade warum ist ja nicht mehr Inventar ähm ich hab ihn gar nicht aufgesammelt ähm richtig schlaue Nummer ausrüsten wir irgendwann nicht weil äh wir müssen den ja sowieso wieder abgeben und so geil ist die Waffe jetzt an sich auch nicht aber gut wir haben was wir wollten ja sollen wir den zurückbringen zu unserer Schmiede im Jägerinnenlager mhm werden dafür aber ein Portal benutzen weil keine Lust da nochmal quer durch die ganze Wildnis und sowas alle zu tigern äh vielen Dank dass ihr den Horatrim Malus zurückgege- zurückgebracht habt nun werde ich einer eurer Gegenstände mit einem mit magischen Kräften aussteigen so das heißt wir können irgendwas verzaubern lassen von ihr ähm ist auch quasi äh der nächste Schritt um die Quest endgültig abzuschließen das Problem an der Nummer ist äh wir haben nichts äh was verzaubert werden könnte äh weil magische Gegenstände äh wie da oben steht können nicht äh weiter verzaubert werden oder was auch immer ist für uns natürlich nachteilig wir haben wir nehmen im Prinzip immer nur äh die magischen Sachen mit ja den Dreizeck können wir auch nicht reinschmeißen hier ist äh ja schon gesockelt aber wir wollen wenigstens zusehen dass wir das alte Schwert äh loswerden der Dreizeck kommt schon mal weg wir rüsten wieder unseren Speer aus ähm ja unser Zepter ist natürlich ziemlich geil gehalten eigentlich also das kann schon richtig was ähm auf jeden Fall da jetzt nochmal bei ihr gucken ob sie vielleicht noch irgendwas schönes an äh Ausrüstung oder ähnliches hat ähm ja aber das ist glaube ich nicht der Fall ähm wie gesagt äh wir gehen jetzt erstmal nach Akara wollen uns was identifizieren damit wir unser tolles Schwert danach gucken können ob das was tolles ist ja Wert hat sich zwar mehr oder weniger verdoppelt aber äh das war es eigentlich überhaupt nicht wert also weg damit ähm ja den Säbel verhökern wir auch äh unser Zepter müssen wir auf jeden Fall also behalten wir erstmal weil das doch ziemlich geil ist ähm ja versuche ich gerade nochmal Schlüssel äh ja aufeinander zu packen aber gehen maximal 12 in einen Stack und wir ja gehen zurück Richtung Portal weitermachen können wir erstmal nicht aber das soll es dann auch für heute gewesen sein ich bedanke mich viel Spaß und ciao